guten tag meine lieben fräule und herzlich willkommen zu einem neuen kleines tutorial hier auf diesem kanal ich zeige euch heute wie man ein atm 7 server auf linux installiert mit erst laden wir natürlich bei curseforge die wunderschöne serverpack datei runter das ist diese wunderschöne datei dann öffnet sie dieser wunderschöne fahrt die ziehen wir erstmal zur seite wir gehen auf den desktop wir ziehen den server oder den ordner drauf wo das server drin ist öffnen wir den spaß und wir führen einmal diese forge datei aus wir wollen den server also installieren wir nehmen in diesen ordner als fahrt und ok sehr schön damit ist fertig installiert erst haben wir ein paar neue dateien bekommen einmal eine run.sa die bauen wir dann für den server zum starten und glaube ich war es noch dazu gekommen aber das brauchen wir gerade nicht so dann öffnen wir einmal irgendein programm wo wir den spaß irgendwie hochladen können natürlich ein wunderschöner spoiler ich habe es schon probiert hat komisch weise funktioniert die datei will ich nicht mehr haben nachher funktioniert nicht so einfach wenn ich brauche putty dafür öffnen wir putty jetzt hat kein problem müssen wir also so öffnen zack einmal einloggen sehr schön dann einmal in den ordner rein das heißt cd im slash home denn in den anderen unterordneren 14 19 9 denn in stunde 3 schon kleingeschrieben werden rm minus r und denn diese datei löschen tue mal rin ls dieser verexistiert nicht mehr das ist sehr schön das heißt wir können die datei wieder hochladen wir gehen raus aus diesem ordner wir laden diesen ordner hoch und jetzt 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 hier Oh, habe ich den Spaß hochgeladen. Wir brauchen die Run.sh, die hat noch keine Rechte, also geben wir die Rechte auf chmod 7 und dann die Run.sh, die hat noch keine Rechte, also geben wir die Rechte auf chmod 7 und dann die Run.sh. Es hat die Rechte, grün, grün ist immer gut. Dann füllen wir die wunderschönen Dotei aus mit Run.sh, Run.sh. Dann füllen wir die Rechte auf chmod 7 und dann füllen wir die dann nochmal aus. So, jetzt haben wir ein wunderschönes Fehler drin. Und zwar hat der Portal schon belegt, den wir dran haben. Dann gucken wir nochmal nach. Und zwar Nano und Server und Properties. Denn ich habe einen Server schon mal laufen mit dem gleichen Port, mit dem Standardport von der 22565. Das heißt, wo haben wir den Spaß? Da ist der Server Port. Gut, das ändern wir einfach mal mit der 225656. Das machen wir so, stgo, enter, stgx. Und dann starte wieder Tiny nochmal durch. Und nebenbei starten wir schon mal Micah. Und dann sehen wir wieder ein Fehler. Ist der Port ist auch schon vergeben. Das ist doppelt belastend, wenn ich ehrlich bin. Ich habe ein bisschen geschlossen. Das heißt, ich wusste ja nicht, dass ich den schon geschafft habe. Machen wir gar kein Problem für mich. Dann ändern wir den Spaß nochmal durch. Es kommt wieder runter. Und, ich habe zwei Server davon am Laufen. Muss auch keiner wissen. Ich habe zwei Server über diese IP laufen. Dann machen wir einfach eine 225657. Sollte nicht das Problem sein. Oder ich würde einfach mal einen killen. Dann wäre auch die Möglichkeit das zu machen. So, stgo, enter, stgx. Und wie finden die Lernseite nochmal aus? Zum dritten Mal. Und wie machen die Musik aus? Hopp. Wir können doch schon mal nebenbei... Den... Den... ... hat... Nein, wird er gleich. Edit. Klonen und sagen wir die IP raus. Und machen den einfach neu. Und holen wir den einfach eine Sieber an. Zack. Sehr schön. Damit ist es aber gestartet. Da ist es aber. Gehen wir doch mal raus. Auf. Sehr schön. Und dann sind wir auf dem Server. Gut, das war es dann. Vielen Dank für den Zugang. Bei Fragen. Einfach Fragen. Und wir sehen uns. Tschüss.